Hallo und schön, dass du da bist. Märchen sind toll. Wenn du keines mehr verpassen willst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn und aktiviere auch die Glocke. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die Goldene Eisenbahn Puff, 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 da sauste das schwarze Ungeheuer heran. Fauchend, schnaubend und keuchend, große Dampfwolken herauspustend. Pfeilgeschwind drehen sich die surrenden Räder. Wie eine schwarze Schlange mit leuchtenden Augen fliegt die Eisenbahn an den beiden Kindern vorüber. Wer doch mitkönnte, sagte der kleine Lulu zum Schwesterchen. Mit sehnsüchtigen Augen blickte er dem vorübersausenden Zuge nach. Wenn er uns doch mitnehme, seufzte auch Lolo. Dann wären wir weit, weit fort, wenn die böse Stiefmutter heute hier einzieht. Ich fürchte mich so sehr vor ihr, sprach Brüderchen. Gewiss hat sie schwarze, funkelnde Augen wie eine Hexe. Sie wird uns sicher schlagen. Warum musste auch unser liebes, gutes Mütterchen zum lieben Gott in den Himmel gehen? Ich will keine neue Mutter, weinte Lolo laut und lehnte das blonde Köpfchen traurig an Brüderchens Schulter. Eng umschlungen saßen die beiden Kinder unter den herrlich blühenden Sonnenblumen, die das kleine Bahnwächterhäuschen umkränzten, und blickten weinend auf die dunklen, schwarzen Eisenbahnschienen, die dicht an dem weiß gestrichenen Häuschen mit den grünen Fensterläden dahin liefen. An dem Fenster droben in dem schmucken Häuschen hatte immer ihr sanftes, blondes Mütterchen gestanden und mit glücklichen Augen den frohen Spielen der Kinder zugeschaut. Aber eines Tages war sie nicht mehr an dem Fensterlein. Blass und still lag sie in dem Bett mit den rot karierten Kissen. Die schönen blauen Augen waren fest geschlossen, und weinend saß der Vater an ihrem Lager. Dann kamen schwarze Männer und holten ihr Mütterchen fort, und der Vater erzählte den beiden Kindern, nun sei die liebe Mutter im Himmel droben, beim lieben Gott. Seitdem sahen die Kinder jeden Abend zu dem dunkelblauen Sternenhimmel auf. Der glänzendste Stern, der dort oben funkelte, das war das Auge ihres toten Mütterchens, das freundlich auf ihre Lieblinge herabblickte. Und nun sollten sie eine neue Mutter bekommen, die sie sehr liebhaben würde, wie der Vater ihnen erzählt hatte. Aber Lulu und Lolo glaubten es nicht. Die alte Stine, die für die Kinder sorgte, hatte ihnen so viel von der bösen Stiefmutter erzählt, dass sie sich ängstlich unter den großen Sonnenblumen versteckt hatten, denn heute sollte sie kommen. »Weißt du, Lulu«, sprach Lolo leise, »wir wollen davonlaufen, weit, weit fort bis in den Himmel und uns unser Mütterchen wiederholen.« »Ja, Lolo«, sprach das Brüderchen, »komm, ganz flink, dass uns keiner sieht.« Sie faßten sich an die Hand und liefen fort, so schnell sie nur konnten, immer an den schwarzen Schienen entlang. Da sahen sie plötzlich eine zierliche, kleine Eisenbahn auf sich zukommen. Die schimmerte und flimmerte wie pures Gold. Leuchtend goldener Dampf entströmte der kleinen Lokomotive, die plötzlich mit einem hellen Pfiff vor den Kindern hielt. Auf der Lokomotive aber stand ein winziges Goldmännlein in glänzendem, goldenen Kittelchen. Das tat seinen Mund auf und sprach mit hoher Stimme, »Sch, sch, sch, ihr Kinderlein! Lulu, Lolo, steiget ein! Hü, geht's durch die ganze Welt und wo es euch gefällt! Rufet beid, steh auf der Stell! Sch, 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 steigt ein jetzt schnell!« Da stiegen Lulu und Lolo in die goldene Eisenbahn und setzten sich auf die goldenen Bänke in die rosaseidenen Kissen. »Hü!« machte das Goldmännlein auf der kleinen Lokomotive und dahin sausten sie. »Sch, sch, sch!« Vorbei flogen die grünen Laub- und Fichtenwälder, in denen saftige Erdbeeren leuchteten. Die fruchtbaren Getreidefelder, Kornblume, Rittersporn, Mohn und Wicke nickten den vorüberfahrenden Kindern freundlich zu, die aber schlossen geblendet die Augen. Es wurde ihnen ganz schwindelig von der sausenden Fahrt und all dem Schauen. Jetzt brausten sie über ein großes Wasser. Ängstlich fasste Schwesterchen Brüderchens Hand, wenn sie nur nicht in dem dunklen Wasser ertranken. Aber sicher führte das Goldmännlein die kleine Eisenbahn über den großen Strom und weiter ging's durch die Lande. Da sahen Lulu und Lolo plötzlich ein glitzerndes silbernes Schloss, um das rankten sich herrliche, duftende Rosen. Auf dem grünen Anger aber, vor dem Schlosse, tanzten jauchzende Kinder in lichten, rosenroten Gewändern lachend Ringelreihen. »Hier ist gewiss der Himmel«, sprach Lolo. »Ja, so schön kann's nur im Himmel sein«, sagte Lulu. Da riefen beide Kinder laut, »Steh auf der Stell!« und die kleine, goldene Eisenbahn stand plötzlich still. Das Goldmännlein sprang herab und öffnete die Tür und die Kinder stiegen aus. Scheu gingen sie in den wunderschönen Garten und schauten dem Frohen Spiele der jubelnden Kinder zu. Da kam das Größte und Schönste von ihnen, ein blondlockiges Mädchen, auf sie zu. Das hatte lustige Grübchen in den rosigen Wangen und trug ein schimmerndes, silbernes Gewand. Freundlich nahm sie Lulu und Lolo an die Hand. »Kommt«, sprach sie mit lächelndem Munde. »Bleibt bei uns, spielt und lacht mit uns und lasst es euch wohl sein.« »Hier ist der Himmel?«, fragte Lulu. »Und bist du ein Englein?«, fragte Lulu sie bewundernd anschauend. Da lachte das Mädchen leise und silbern auf. »Nein, hier ist nicht der Himmel. Hier ist das Schloss des Königs Frohsinn und der Königin Heiterkeit. Und ich bin ihre älteste Tochter. Das Lachen nennt man mich. Das dort sind meine fröhlichen Schwestern.« Sie winkte den blondlockigen Mägdelein. »Scherz, Spiel und Tanz. Und das hier ist mein kleinstes Brüderchen, der lustige Übermut. Bleibt bei uns.« Bittend zog sie die fremden Kinder zu den übrigen Spielgenossen. Doch Lulu und Lolo schüttelten das Köpfchen. »Nein, sie mussten weiter. Sie mussten den Himmel suchen, in dem ihr liebes Mütterchen wohnte.« Sie gaben dem silbernen Lachen die Hand und stiegen wieder in ihre kleine goldene Eisenbahn. Das Goldmännlein sprang auf die Lokomotive und »sch, sch, sch« ging's hinaus aus dem Garten des Frohsins. An riesengroßen Städten flogen sie vorbei, an hohen erleuchteten Häusern. Sie sahen in die breiten Straßen hinab. Da kribbelten und krabbelten die Menschen wie kleine schwarze Ameisen durcheinander. Mitten auf einem freien Platz, auf dem die schönsten Fliederbüsche blühten, stand einsam ein großes graues Haus. Viele hundert Kinder gingen dort hinein. »So viele Kinder!« rief Lolo. Und Lulu rief. »Steh auf der Stell!« Da hielt die goldene Eisenbahn vor dem grauen Haus. Das Goldmännlein sprang herab und half Lulu und Lolo beim Aussteigen. Sie fassten sich an der Hand und gingen hinter all den Kindern hinein in das graue Haus. Und da saßen in einem großen Saale die kleinen Mädchen alle und hielten das Strickzeug in den fleißigen Händchen. Die Stricknadeln aber waren aus purem Golde und die Strümpfchen, die sie strickten, aus himmelblauer Seide. Mit vor Eifer glühenden Bäckchen saßen sie da. Die goldenen Nadeln klapperten und die fleißigen Finger flogen hin und her. Und daneben saßen die krausköpfigen Buben. Die hatten ein silbernes Täfelchen vor sich liegen und mit einem diamantenen Stift malten sie die glänzenden Buchstaben und Zahlen darauf. Vor ihnen aber saß eine große, graue Frau. Die hatte graue Haare und trug ein faltenreiches, graues Gewand. Mit ernsten, grauen Augen blickte sie auf die fleißigen Kinder herab. Drei lichte Kindergestalten, aber mit silbernen Flüglein flogen in dem Saale umher und neigten sich zu den fleißigen Kindern herab. Das mussten Englein sein. Beherzt zog Lulu die kleine Lolo zu der großen, grauen Frau heran. Höflich machte er seinen schönsten Kratzfuß und fragte auf die schwebenden Kinder weisend, »Sind das Englein und ist hier der Himmel?« Die graue Frau schüttelte das Haupt. »Nein, hier ist nicht der Himmel, mein Kind. Mein ist das graue Haus und die Arbeit nennt man mich.« Sie winkte den umherfliegenden Kindlein. »Dies sind meine drei Kinder. Hier mein ältester Sohn, der Fleiß. Der frühste ist er morgens auf und der späteste abends im Bett. Dies ist mein zweiter Sohn, der Eifer. Der pustet die Knaben und Mäktlein alle an, bis sie glühend rote Bäckchen beim Arbeiten haben. Und dies ist mein kleines Mädchen, mein jüngstes, die Pflichterfüllung. Die gibt den fleißigen Mädchen und Buben ein fröhliches, freies Herz, dass sie nachts in ihren Bettchen schön schlafen können. Sprecht! Wollt ihr bei mir bleiben?« Lolo nickte freudig mit dem Köpfchen. Gar zu gern hätte sie auch ein himmelblaues Strickzeug mit goldenen Nadeln in der Hand gehabt. Aber Lulu zupfte sie am Ärmel. Nein, sie mussten ja weiter. Sie mussten ja den Himmel suchen. Die goldene Eisenbahn fuhr vor. Das Goldmännlein sprang auf und ging es wieder fort in die weite Welt hinaus. Durch ein großes Dorf fuhren sie. Da leuchtete ein schmuckes, weißes Bauernhäuschen. Die Kühe brüllten im Stall. Die Katze schnurrte im Sonnenlicht und Spitz hielt vor der Haustür seinen Sonntags-Nachmittagsschlaf. An den spiegelblanken Fensterlein standen blühende Geranientöpfe. Aus der Bauernstube aber tönte eine sanfte Frauenstimme. Die erzählte das Märchen von Rotkäppchen. Das hatte ihnen ihr liebes Mütterchen auch immer erzählt. Lulu und Lolo riefen »Steh auf der Stell!« Die goldene Eisenbahn hielt und das Goldmännlein sprang herab. »Wer wohnt in dem weißen Häuschen dort?« fragten die Kinder das Goldmännlein. Das tat seinen Mund auf und sprach »Das Häuschen im schmucken weißen Kleid gehöret der Frau Zufriedenheit. Auch ihre Kinder sind euch bekannt. Liebe und Eintracht sind sie genannt.« Vorsichtig schlichen die Kinder an das weit geöffnete Fenster und flugten hinein. Ach, da saß an dem großen braunen Holztisch auch eine Mutter. Die hatte gerade so blaue Augen und so blonde Haare wie ihr totes Mütterlein. Ein kleiner, flachsköpfiger Bube und ein blondzöpfiges Dirnlein schmiegten zärtlich den Kopf an das Knie der Mutter und lauschten mit heißen Backen dem schönen Märchen. Mit weicher Hand strich die Mutter den Kindern zärtlich über das Blondhaar. Da begann Lolo laut zu schluchzen. »Wenn wir doch auch unser Mütterchen noch hätten!« Brüderchen wollte sie trösten, aber die Tränen kullerten ihm selbst über die roten Bäckchen. Die gute Frau trat an das Fenster und fragte die fremden Kinder mit weicher Stimme, warum sie so weinten. »Unser liebes Mütterlein ist tot!« sprach Lolo. »Wir wollen in den Himmel fahren und unser Mütterlein wiederholen!« fügte Lolo schluchzend hinzu. »O ihr armen Kinder!« sprach die gute Frau. »Bis in den Himmel ist es noch weit!« Und sie strich zwei süße Apfelschnitten und reichte sie Lulu und Lolo. »Da, ihr Kinderchen! Erquickt euch nur erst und stärkt euch für den weiten Weg!« Lulu und Lolo bedankten sich freundlich, sagten Lebewohl und stiegen mit ihrer Apfelschnitte in die kleine Eisenbahn. »Hei!« »Schmeckte das prächtig!« und »Sch! Sch! Sch!« ging's wieder davon. Nun fuhren sie die Milchstraße am Himmel entlang, durch ein glitzerndes Sternenmeer, und plötzlich hielt die kleine Eisenbahn von selbst vor dem großen, goldenen Himmelstor. Aber das Tor war fest verschlossen. Es tat sich nicht auf, trotzdem Lulu und Lolo mit ihren Händchen daran pochten. Nur ein kleines Fensterlein wurde in dem Tor geöffnet und heraus schaute das graubertige Gesicht des Himmelpförtners. »Wer ist da?« fragte er mit lauter Stimme. Das Goldmännlein antwortete, »Goldmännlein auf der Eisenbahn! Lulu und Lolo klopfen an!« »Ihr kommt hier nicht rein!« sprach der Himmelspförtner. »Eine Eisenbahn darf hier nicht fahren! Es liegen noch keine Schienen im Himmel!« Da fingen Lulu und Lolo bitterlich an zu weinen und baten den Herrn Pförtner gar schön, sie doch einzulassen. Sie wollten sich ja nur ihr totes Mütterchen wiederholen. Der Pförtner strich ihnen freundlich über das Haar und sprach in mildem Tone, »Ihr dummen Kinder!« »Ihr kommt hier bis zum Himmel gefahren und habt doch dabei ein Liebesmütterchen daheim. Das hat euch euer totes Mütterchen im Himmel geschickt, damit es euch lieb hat.« »Keine böse Stiefmutter?« fragte Lulu. »Und wird sie uns nicht schlagen?« fragte Lolo ängstlich. »Sicher nicht«, sprach der Himmelspförtner. »Sie wird euch lieben, ganz wie euer totes Mütterlein es getan hat. Sie wird mit euch spielen und lachen, wie ihr es im Schloss des Königs Frohsinn gesehen habt. Sie wird euch zu Fleiß und Arbeit anhalten, wie ihr es im grauen Hause der Frau Arbeit geschaut habt. Dann wird Zufriedenheit, Liebe und Eintracht bei euch herrschen, ganz wie in dem Bauernhäuschen der Frau Zufriedenheit. Geschwind, fahrt heim, die Eltern bangen sich schon nach euch.« Da machte das Goldmannlein mit seiner kleinen Lokomotive kehrt. »Hi«, pfiff er laut und »Sch, sch, sch« ging's wieder auf die Erde hinab nach Hause. Schon von Weitem winkte das kleine Bahnwärterhäuschen den Kindern entgegen. Die Sonnenblumen leuchteten und nickten ihnen »willkommen« zu. In der Tür aber standen Vater und Mutter, die sich schon sehr um sie gesorgt hatten, und breiteten ihnen ihre Arme aus. Und die neue Mutter hatte ganz so liebe Augen wie das tote Mütterlein im Himmel. Da stiegen Lulu und Lolo aus der goldenen Eisenbahn. Mütterchen, riefen sie jauchzend und warfen sich der neuen Mutter in die Arme und die herzte und küsste sie. Hüh, machte das Goldmänlein und brauste die goldene Eisenbahn dahin auf nimmer Wiedersehen. In dem Bahnwärterhäuschen aber herrschte Frosinn, Arbeit und Zufriedenheit. Nach langer Zeit war Großmutters Flickenkasten wieder einmal geöffnet worden und ein großes Stück Pelz war hineingewandert. Der neue Ankömmling, ein dicker Herr, machte sich ziemlich breit in dem engen Kasten. Au! rief ein Stückchen Spitze mit zarter Stimme. Sie treten mir ja auf den Fuß. Sehen Sie sich doch gefälligst etwas vor! rief die weiße Leinwand, welche die Spitze bemutterte ärgerlich. Jeder ist sich selbst der Nächste, brummte der Pelz in seinen Bart. Sie sind aber wirklich ein recht ungeschlachter Geselle und haben nicht viel Manieren, meinte das lila Seidenband, eine alte Jungfer ziemlich spitz. Und was für ein Parfüm gebrauchen Sie nur? rief das großgeblümte bunt Flicken, das wunderschön nach Lavendelroch sich die Nase zuhaltend. »Hatschi«, machte der rote Flanell der Überreste eines alten Unterrocks. »Wie kann man sich nur so einkampfern? Hatschi!« Und »Hatschi«, »Hatschi« machten auch all die anderen Bewohner des Flickenkastens. »Wenn Sie sich etwas mehr eingekampfert hätten«, sagte der Pelz spöttisch zu dem roten Flanell, »dann würden Sie heute ein gut Teil hübscher aussehen, nicht so abgetragen und von Motten zerfressen.« »Kinder«, sagte die alte Schlafrock-Troddel, die sich mit allen Duzter begütigend, »Kinder, zankt euch doch nicht schon wieder! Man soll doch Frieden halten mit seinem Nachbar!« »Meine Frau hat recht«, sprach der türkische Schlafrock, zu dem die Troddel gehörte, »der Pelz soll uns lieber erzählen, wie unsere Herren jetzt ausschaut. Es ist schon viele Jahre her, dass ich sie nicht mehr gesehen!« »Das will ich wohl glauben«, meinte der Pelz. »Seit Jahren ist die alte Frau gelärmt und sitzt beständig in ihrem Lehnstuhl.« »Oh, oh«, sagten die Flicken traurig, und der weiche Kaschmir weinte so große Tränen, dass er ganz fleckig wurde. »Und wie sieht sie aus?«, fragte der türkische Schlafrock wieder. »Hat sie noch ihre schönen braunen Locken?« »Braune Locken!«, lachte der Pelz, dass der ganze Kasten dröhnte, und hielt sich seinen dicken Bauch. »Braune Locken! Die hat Großmutter wohl vor fünfzig Jahren gehabt. Jetzt hat sie einen schneeweißen Scheitel, und mit der welken Hand streicht sie jetzt über die braunen Locken ihres Urenkelkindes.« »Urenkel hat sie auch schon?«, sagte da eine alte, zittrige Stimme verwundert aus der Tiefe des Flickenkastens. Es war ein ganz ergrautes Stückchen Mull. »Na, und ob?«, sprach der Pelz, stolz, dass er so gut Bescheid wusste. »Nein Enkelkinder hat sie und drei Urenkelchen.« »Freilich, freilich!«, nickte der Mull vor sich hin. »Wir sind beide alt und grau geworden. Auch ich bin vergelbt und zerknittert. Ja, damals, als wir noch jung waren, das war eine selige Zeit.« »Erzählen Sie! Ach, bitte erzählen Sie!«, riefen die Flicken aller. »Alte Geschichten hören wir gar zu gern!« Und der Mull begann. »Sechzig Jahre ist es nun bald her, da war ich so jung und schön wie meine Herren, die mich von allen ihren Kleidern am liebsten trug. Eine schneeweiße Haut hatte ich, gerade so wie sie, und so zart und duftig waren wir beide, dass jedermann uns nachblickte. Am längsten schaute uns aber immer der junge Gutsbesitzer aus der Nachbarschaft an. Ganz aufgeregt war ich, wenn er kam und mein Herz pochte gerade so laut wie das meiner Besitzerin. Nur so zu erröten, verstand ich nicht. Ich blieb immer ganz bleich. Und eines Tages machten wir beide eine Landpartie, meine junge Herren und ich. Wir hatten uns heute ganz besonders schön gemacht. Ich hatte lauter hellblaue Schleifchen angesteckt, und das junge Mädchen hatte ganz dieselben durch ihre braunen Locken geschlungen. Der junge Gutsbesitzer war auch bei dem Ausfluge, und wie es kam, das weiß ich heute nicht mehr. Aber mit einem Male hatte der junge Mann uns beide im Arm. Meine Herren küsste er, und mich zerdrückte er ganz und gar. Und da war meine junge Herrenbraut. Ja, das war eine selige Zeit. Ein verträumtes Lächeln spielte um die Lippen des alten Mulds. Und dann kam ein Tag, rief da eine Stimme aus der anderen Ecke des Flickenkastens. Es war eine alte weiße Atlas-Schleppe. Ein Tag, an dem die junge Braut mich fromm und andächtig trug. Ich schmückte sie an ihrem Hochzeitstage. Der weiße Atlas blähte sich so stolz auf, dass er laut knisterte. Oh, war das eine herrliche Hochzeit, fuhr die Atlas-Schleppe fort. Ich wurde nur mit weißen Glacé-Handschuhen angefasst. Kein Mensch wagte es, auf mir herumzutrampeln. Und als wir durch die Kirche gingen, trugen mich schön gekleidete Kinder, und über Rosen und Myrten schritten wir zum Altar empor. Schade, dass die weiße Brauttaille, mit der ich verschwägert bin, nicht mehr lebt. Die könnte ihnen sonst erzählen, wie schön der Prediger gesprochen, wie die Tränen des Glückes aus den Augen der jungen Braut auf sie herniedergerieselt und wie andächtig sie das junge Herz hat schlagen hören. Ich habe für solch rührselige Sachen wenig Gedächtnis. Ich bin mehr fürs Reelle. An das auserlesene Hochzeitsmal im funkelnden Kerzenglanz denke ich gern zurück, Ich bekam auch etwas davon zu kosten. Man begoss mich mit Champagner. Ach, wie süß schmeckte der. Oh, das war eine prächtige Hochzeit. Die Atlasschleppe schnalzte mit der Zunge und verstummte in Erinnerung an den herrlichen Wein. Da nahm ein winziges Pumphöschen das Wort. Ja, schauen Sie mich nur an, wie abgetragen und scherbig mein schwarzer Samt geworden ist, piepste es mit hoher Stimme. Und doch war einst die junge Mutter und ihr kleiner Bube so stolz auf mich. Ich war das erste Paar Höschen, das der älteste der jungen Frau bekam. Ach, wie oft hat Mutter zärtlich mich und den kleinen Paul auf den Schoß genommen und auf Vaters Knie sind wir beide hü und hot gar lustig geritten. Aber erstmals hat der kleine Paul den Fido, den treuen Hofhund, mutwillig gequält. Da legte ihn Mutter über den Stuhl und ich, armes Samthöschen, das doch gar nichts dafür konnte, bekam die Prügel. Aber dem Paul muss es ebenso weh getan haben wie mir, denn er schrie erbärmlich. Ja, davon bin ich wohl so elend geworden. Ein so winziges Höschen wie ich kann nicht viel aushalten. Auch mich hat unsere Herren einst zur Hochzeit getragen, sagte da ein zerschlissener grauer Seidenstoff, der schon gern vor dem Pumphöschen gesprochen hätte. Ehe ich zu einem seidenen Unterrock erniedrigt wurde, war ich ein prächtiges Hochzeitskleid. Ich schmückte meine Besitzerin zum Silberhochzeitsfeste. Ja, sehen Sie nur meinen Umfang. So schlank war meine Herren damals freilich nicht mehr wie zur grünen Hochzeit. Aber ein schönes Fest war es doch. Und schimmerte durch die einst so braunen Locken, in denen nun die Silbermürte prangte, auch hin und wieder schon ein Silberfaden. Die Augen blickten gerade so jung und glücklich wie auf der grünen Hochzeit. Voll Freude schaute sie heute auf die blühende Kinderschar und auf das erste Enkelchen, das »Omama« leilte. Damals habe ich es auch nicht gedacht, dass ich einst ein Unterrock werden würde. Die zerfetzte graue Seide schwieg und nickte schwermütig vor sich hin. »Nun komme ich wohl heran«, sprach eine milde Stimme. Und die Flicken schauten alle begierig auf die neue Sprecherin. Es war ein gelbliches Spitzenhäubchen. »Sehen Sie die goldene Myrtenblüte, die man in meiner Spitze vergessen hat?« sprach das Häubchen und blickte liebevoll auf das kleine Goldblütchen herab. »Wir beide haben das Haupt der Greisen zu ihrem goldenen Hochzeitsfeste geschmückt. Oh, wie glücklich war ich, als mich die zitternde Hand der hohen Siebzigerinnen auf ihren schneeweißen Scheitel drückte und als Großvater dann sein runzliges Gesicht herabneigte und die welken Lippen meiner greisen Herren küßte. Da habe ich Tränen der Rührung vergossen. Und die Kinder, Enkel und Urenkelchen, drängten sich um die Lehnstühle der alten Leutchen. »Es war kein lautes Fest, aber eine erhebende Feier war's.« Gedankenvoll schwieg das Spitzenhäubchen und der türkische Schlafrock nahm nun das Wort. »Jetzt haben wir wohl alles Wissenswerte von unserer Herren erfahren, liebe Freunde«, sprach er, »oder weiß noch einer etwas?« »Ich«, meldete sich bescheiden ein Stückchen schwarzer Krepp, der ganz oben in dem Flickenkasten lag. »Auf mich hat unsere Herren heiße Tränen des Schmerzes geweint. Mich trug sie am Beerdigungstage ihres Mannes, mit dem sie mehr als fünfzig Jahre glücklich zusammengelebt hatte. Ja, das war eine schwere Zeit, aber die Tränen, die aus den alten, halb erloschenen Augen flossen, waren milde und ergeben. Meine Herren wusste, der liebe Gott würde sie bald wieder im Himmel mit ihrem lieben Manne vereinigen.« Traurig verstummte der schwarze Krepp. Und auch all die anderen Flicken schwiegen. Wehmütig dachten sie an die Zeit, wo sie einst jung und schön gewesen. Still, ganz still wurde es, in Großmutters Flickenkasten. Friedel Schlaumichel stand am Telefon. Er hielt den Hörer gegen seine abstehenden Ohren gepresst und knüff beide Augen zu, um besser hören zu können. Ja, wenn er nur etwas zu hören gehabt hätte. Aber er vernahm nichts als ein leises, schadenfrohes Knistern und Knattern im Apparat. Das war gerade, als ob ihn da jemand noch obendrein höhnen wollte, weil er schon seit einer Ewigkeit auf Anschluss wartete. Friedel Schlaumichel riss endlich die Geduld. Wütend begann er mit den Fäusten gegen das Telefon zu bumbern. Seinen ganzen Ärger ließ er an dem unschuldigen Holz aus. Aber was war das? Friedel sperrte erschreckt die Augen auf. Das kleine, braune Telefon vor ihm streckte sich. Es wuchs und wuchs. Schon hatte es die Größe einer Hundehütte. Nun die Höhe eines Bauernhauses. Und jetzt war es fast so groß wie der Kirchturm. Da hielt es endlich an. Mit blöden Augen starrte Friedel Schlaumichel auf das Wunder. Etwas Feuchtkaltes an der Hand weckte ihn aus seiner Versunkenheit. Na nun, statt des gelben Messinghörers, den er noch soeben mit der rechten umfasst, hielt er den Kopf eines großen, gelbhaarigen Köters zwischen den Fingern, der tückisch nach ihm schnappte. Ängstlich rettete sich Friedel nach der anderen Seite. Oh weh, ein gleiches Ungetüm fuhr ihm hier zwischen die Beine. An einer grünen Leine lagen die beiden Riesentiere und bewachten kläffend den Zugang zu dem stattlichen, braunen Haus. Aus dem runden Guckfenster aber schaute ein verwittertes Männlein. Das hatte ein blaues Funkenkleid an und eine zierlich geflochtene Drahtkrone auf dem Kahlkopf. »Bist du der rohe Geselle, der so unverschämt gegen meine Haustür geschlagen hat?« fragte es mit merkwürdiger Stimme. Sie klang wie das Knistern und Knattern im Telefon. »Ist mir gar nicht im Traum eingefallen.« Friedel Schlaumichel erlangte allmählich seine angeborene Dreistigkeit zurück. »Ich sehe dich und dein Haus heute zum ersten Mal. Aber rufe gefälligst deine famaledeiten Köter zurück, damit sie mir nicht meine neuen Hosen zerreißen.« Er sprang vorsichtig vom rechten Bein auf das linke. Das Männlein zog den Mund von einem Ohr zum anderen und lachte über Friedels drollige Sprünge. Und das klang gerade so, als wenn das Telefon klingelt. »Du bist ein komischer Kauz, aber du gefällst mir. Trotzdem eine recht beträchtliche Frechheit in dir steckt und du mir mit deiner ungefügen Faust fast mein schönes Haus zertrümmert hast. Wie heißt du denn?« »Friedel Schlaumichel. Und du?« Friedel hüpfte immer noch vor den schnappenden Hunden auf und nieder. »Schlaumichel! Hihi! Wollen sehen, ob du deinen Namen Ehre machst. Errätst du's nicht, wer ich bin?« Friedel sah den putzigen Alten zweifelnd an. »Wahrscheinlich der Portier von dem schönen Haus hier!« stieß er dann seine Beine vergebens in Sicherheit bringend heraus. »Portier! Hihi!« Das Männlein lachte so laut, dass es Friedel war, als ob sämtliche Telefons auf der Welt zur gleichen Zeit bemelten. Dann aber gebot er den gelben Hunden, sich zu kuschen, und winkte Friedel, näher zu treten. »Du bist ja ein prächtiger Schlaumichel! Dich muss ich kennenlernen! Tritt näher! Spazier nur ganz dreist hinein! Meine Hunde tun dir nichts!« »Erst will ich wissen, wer du bist. Ist das Manier, sich nicht mal vorzustellen, damit andere Leute sich erst den Kopf über dich zerbrechen müssen? Bei uns zulande ist das nicht Brauch!« Friedel fühlte sich jetzt, wo die Hunde Ruhe hielten, dem winzigen Männlein bei weitem Überlegen. Das lächelte fein. Wie ein leises, leises elektrisches Surren ging es durch die Luft. »Risi-Bisi, mein Name!« sagte der kleine Kauz, immer noch mit seiner Heiterkeit kämpfend. Jetzt war das Lachen an Friedel. »Risi-Bisi! Der Name passt zu dir, du putzige Kruke! Hahaha! Risi-Bisi! Aber der Name allein tut's nicht! Was bist du denn sonst noch? Schneider? Schuster? Oder Schlosser? »Ich bin König vom Telefonland, du Schlaumiche!« Friedel fühlte plötzlich einen elektrischen Ruck durch seinen Körper, so dass er mit einem Mal auf den Knien lag. Er machte sein schlaustes Schlaumichel-Gesicht. »Herr König! Majestät! Iro Gnaden! Bitte untertärnigst um Verzeihung! Ach, nehmt es nur ja nicht übel, dass ich so freimütig von der Leber weggeredet habe, so respektlos, so ganz, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Wenn ich hätte ahnen können...« Friedel sah den kleinen Telefonkönig, der so wenig Königliches an sich hatte, zerknirscht an. »Ei, ei!« Der winzige kleine Herr drohte mit hochgezogenen Augenbrauen. »Hast du auch die schlechte Angewohnheit, die euch Menschenkindern eigen, nur nach dem Kleide zu sehen und nicht nach dem, was drin steckt?« »Friedel Schlaumichel! Das hätte ich von dir nicht gedacht!« Und wieder fühlte Friedel einen elektrischen Schlag, gerade so, als wenn der Vater daheim ihn als kleinen Bub über das Knie gelegt. »Ich will es trotzdem mit dir versuchen, Friedel Schlaumichel!« meinte der kleine König, nachdem sie sich gegenseitig eine Weile angelegentlich betrachtet hatten. »Du gefällst mir nun einmal. Wenn du mir treu dienen willst, soll es dein Glück sein!« »Ja, Herr König!« Friedel drehte verlegen seine Mütze in der Hand. »Die Sache ist nur, ob ich das Ding auch verstehen werde. Ich bin ja von Natur aus nicht dumm.« »Nein, nein! Du bist ein Schlaumichel! Das habe ich schon gemerkt! Aber komm nur mal erst ins Haus, dann können wir weiter über deine Arbeit reden!« Friedel sah den glatt polierten braunen Riesenkasten von allen Seiten an, nirgends einer Tür. Aber da er Friedel Schlaumichel hieß, kam er auf den guten Gedanken, durch die Kuckfensterchen zu klettern, durch das der Alte lugte. »Du hast den richtigen Eingang erwischt!« schmunzelte Riesibiesi. »Willkommen im Telefonland!« Er reichte dem einen tiefen Böckling machenden Friedel seine kleine, verschrumpelte Hand. Friedel hatte das Gefühl, als wenn er gegen den Strich über eine Plüschdecke fuhr. »Sieh dich vor, dass du nicht fällst!« rief Riesibiesi warnend. »Du bist unseren Drahtteppich noch nicht gewöhnt!« Zu spät. Friedel Schlaumichel lag bereits auf der Nase und strampelte mit dem im Drahtnetz steckenden Bein wie eine Fliege im Spinngeweb. Ein vielstimmiges Lachen, das ebenso klang wie das Riesibiesis, ließ ihn aufschauen. Da eilten von allen Seiten fingerlange Männlein herbei, um ihm zu helfen. Die sahen ganz so braun und zerknittert aus wie ihr König. Nur statt der Drahtkrone trugen sie ein grünes Drahtmützchen. »Mein Hofstaat!« stellte Riesibiesi die kleinen Gesellen vor. »Dieses hier ist Täler. Und dieses hier Fohn. Mein erster und mein zweiter Minister. Die werden dir dein neues Amt zeigen. Ich muss jetzt ein bisschen regieren.« Damit stieg Riesibiesi auf seinen Thron. Thele und Fohn aber hingen sich an Friedels Stiefelschäfte, denn höher reichten sie nicht, und zogen ihn geschickt über den Drahtteppich hinweg. Jetzt erst sah Friedel, dass auch die Wände und die Decke des geräumigen Saales aus glitzernden Silberdraht bestanden. Das flimmerte nur so. Vor drei großen Knäueln blieben seine kleinen Führer stehen. Das eine war aus Gold, das zweite aus Silber und das dritte aus Kupferdraht. »Diese sollst du entwirren, dass der Draht glatt sein wird zum Spinnen. Aber in siebenmal 24 Stunden musst du mit deiner Arbeit fertig sein.« Die beiden kleinen Minister surrten geschickt über den Drahtteppich davon. Friedel Schlaumichel rechnete. Siebenmal 24 Stunden. Er begann an den Fingern abzuzählen, wie lange Zeit das wohl wäre. Sein Kopf rauchte von der Anstrengung, denn rechnen war Friedel Schlaumichels starke Seite nicht. Und als er es glücklich herausgebracht hatte, dass das gerade eine Woche sei, sah er mit Schrecken, dass bereits vier Tage von dieser Woche verstrichen waren. Nun musste er sich an die Arbeit machen. Mit Feuereifer ging er ans Werk. Doch Prosit Mahlzeit. So einfach war die Geschichte nicht. Friedel Schlaumichel hatte natürlich zuerst nach dem Goldknäuel gegriffen, aber die goldenen Drahtfelden zogen sich heimtückisch von seinen Fingern zurück. Sie verhedderten sich, schürzten sich boshaft zu Knoten. Und so viel Friedel auch zerrte, riss und resonierte, der goldene Drahtwulst zog sich nur umso fester zusammen. »Holt's der Deichsel!« Empört warf er das Knäuel in die Ecke. Da ging ein Knistern und Knattern durch den Saal. Und plötzlich stand Riesibisi vor dem beschämten Friedel. Mit vorwurfsvollem Blick griff er nach dem misshandelten Goldknäuel und verschwand schweigend damit. Friedel Schlaumichel aber machte sich an das silberne Knäuel. Er hatte nicht mehr Glück damit als mit dem goldenen. Die schimmernden Silberfäden spannen sich wie ein Netz um seine Finger. Sie schnitten ihm in das Fleisch und sprangen ihm zum Überfluss wie spitze Nadeln ins Gesicht. »Das halte der Kuckuck aus!« Ingrimmig schleuderte Friedel das Silberknäuel gegen die Wand. Da hörte er wieder das seltsame Knistern und Knattern und wieder stand Riesibisi vor ihm. Diesmal hob der kleine König warnend den Finger. Schweigend verließ er mit dem Silberknäuel den Saal. »Ob ich mich überhaupt noch an das dumme Kupferknäuel mache?« überlegte Friedel unschlüssig. »Habe ich das Gold- und Silberknäuel nicht entwirren können, wird es sich um den Kupferdraht wohl nicht der Mühe lohnen.« Da fiel ihm noch rechtzeitig der warnende, erhobene Finger Riesibisis ein. »Diesmal werde ich die Sache aber schlauer anfangen«, dachte Friedel Schlaumichel. Seufzend machte er sich an die Arbeit. Er riss nicht und zerrte nicht. Vorsichtig, ganz behutsam versuchte er mit seinen derben Fingern die feinen Fäden zu entwirren. Und siehe da, die Kupferfäden zogen sich nicht von seinen Händen zurück. Sie sprangen ihm nicht wie spitze Nadeln in das Gesicht. Langsam begannen sie sich zu glätten. Das war eine harte Arbeit für den ungeduldigen Friedel. Das Knäuel war groß und der Knoten waren viele. Oft war er versucht, das schon halbfertige Werk von sich zu werfen, aber er bezwang sich. Schon war die letzte der siebenmal 24 Stunden herangekommen und noch immer wollte das Knäuel kein Ende nehmen. Friedels Hände flogen. Hatte er so viel zustande gebracht, wollte er auch noch den Rest schaffen. Der Tausend. Die Fäden glätteten sich ja plötzlich ganz von selbst. Friedel brauchte sie nur mit der Hand zu berühren. So lässt man sich die Sache gefallen, dachte Friedel vergnügt und wackelte vor Freude mit seinen abstehenden Ohren. Da fühlte er plötzlich wieder einen tüchtigen Ruck durch den ganzen Körper. Die siebenmal 24 Stunden waren um. Vor ihm standen Tele und Fohn, die beiden daumenlangen Minister, um ihn zu ihrem König zu führen. Friedel nahm sein schön gewickeltes Knäuel in den Arm und ließ sich von den Kleinen über den gefährlichen Drahtteppich ziehen. Resibisi saß auf seinem Thron, der aus roten, blauen und gelben Funken gebaut war, und regierte eifrig. Er nickte Friedel so erfreut zu, dass das Drahtkrönlein auf seinem Kahlkopf zu tanzen begann. »Bra, Friedel! Bravo! Dein Glück, dass du das letzte Knäuel noch entwirrt hast! Was hast du nun bei deiner Arbeit gelernt, du Schlaumiche?« Friedel Schlaumichel machte ein recht einfältiges Gesicht. »Dass siebenmal 24 Stunden nicht länger als eine Woche ist,« sagte er schließlich stolz. König Resibisi schüttelte sein winziges Köpfchen. »Das ist ja eine Weisheit, die auch nicht zu verachten ist, aber die meine ich nicht. Du hast gelernt, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, und dann hast du vor allem Geduld gelernt, mein Freund. Du wirst so bald nicht wieder ungeduldig gegen mein Telefonhaus bumbern, sondern warten, bis es uns hier passt, dir zu Diensten zu sein. Nicht wahr?« Friedel Schlaumichel nickte. »Du sollst sehen, dass es gar nicht so leicht ist, euch Menschen zufriedenzustellen. Folge mir!« Resibisi erhob sich von seinem Thron und stolzierte zum Nebensaal. Friedel trabte neugierig hinterdrein. Ein ohrenbetäubendes Gesurre empfing sie. Es sauste Friedel in den Ohren. Es sauste ihm im Kopf. Und es sauste ihm vor den Augen. Endlich unterschied er tausende von winzigen Weiblein. Die hatten jedes einen kleinen Spinnrocken vor sich und spannen eifrig, ohne aufzublicken, Kupferdraht. »Das ist der wichtigste Draht hier im Telefonland. Davon können wir gar nicht genug schaffen!« erklärte Resibisi. »Und hier?« Er öffnete eine neue Tür. »Hier ist der Verbindungssaal. Da sollst du deine zweite und letzte Arbeit verrichten!« »Nur zu!« grinste Friedel. »Hab ich die erste geschafft, werde ich mit der zweiten ja wohl auch fertig werden!« Resibisi verschwand. An seiner Stelle aber standen Tele und Fohn neben Friedel und zogen ihn über die Schweller. Unzählige kleine Gesellen schwirrten in dem Riesensaal auf und nieder. Sie befestigten den Kupferdraht an einer Seite des Saals und warfen die mit winzigen Schlingen versehenen Enden zur gegenüberliegenden Wand. Die war über und über mit kleinen Häkchen besetzt und über jedem stand eine Nummer. »Jetzt sollst du die Nummern, die wir dir nennen werden, richtig miteinander verbinden. Pass auf!« sagte Herr Thäler. »Aber ein bisschen Dalli muss das gehen!« setzte Herr Fohn hinzu. Die beiden kleinen Wichte nahmen in der Mitte des Saales auf ihren Ministerstühlen Platz. »10639«, rief der einer. »Wetter auch! Wo war denn bloß die Nummer?« Umständlich begann Friedel Schlaumichel zu suchen. »Schneller! Flink! Eile dich!« drängte der kleine Minister. »7508«, rief da der andere schon wieder. »Potztausend! Wie hieß denn nun die erste Nummer noch gleich?« Die hatte er doch rein vergessen. Verzweifelt sah er auf die kleinen Gesellen ringsum, die so geschäftig hin- und hersurrten. Während er noch stand und überlegte, fühlte er einen schmerzhaften Ruck an den abstehenden Ohren. Noch einmal. Und zum dritten Mal. Gerade so, wie ihn früher der Herr Schulmeister in der Rechenstunde gezaust hatte. »Oho! Nicht so grob!«, rief er aufgebracht. »Wir können nichts dafür!«, entschuldigten sich Tele und Fohn höflich. »Das liegt nur daran, dass du zu langsam bist. Die Menschen im Erdenland warten nicht gern. Jedes Mal, wenn sie wütend an der Kurbel drehen und klingeln, fühlen wir es an unseren Ohren. Du hast uns manch liebes Mal gezupft. Jetzt magst du selbst mal sehen, wie das tut.« »Oh weh!«, Friedels arme Ohren. Die wurden noch viel größer und abstehender, als sie schon waren. In einer Minute wurde er mindestens 60 Mal an den Ohren gezaust, denn sein neuer Dienst war so schwer, dass er gar nicht damit zurechtkam. Hatte er glücklich den richtigen Draht erwischt, so flog die Schlinge zweifellos zu einem verkehrten Häkchen an der gegenüberliegenden Wand. »Falsche Verbindung!«, schrien die Menschen dann wütend, und Friedels schuldlose Ohren mussten ihren Ärger ausbaden. Und hatte er wirklich mal eine richtige Verbindung zustande gebracht, dann riss sicher der Draht oder verhedderte sich mit einem anderen. Friedel war ganz krank von all der Arbeit, der Aufregung und Angst. »Wir können dich hier nicht brauchen, Friedel, Schlau-Michel!«, meinten die kleinen Minister nach Ablauf von drei Tagen, bedauernd ihre Köpfchen wiegend. »Du bist viel zu langweilig und umständlich!« Sie führten ihn zu Riesi-Biesi. Der war nicht weiter überrascht. Er schmunzelte von einem Ohr zum anderen. »Das habe ich mir gleich gedacht, dass du, Schlau-Michel, für unser Telefonland nicht schlau genug bist. Geh nur wieder ins Erdenland zurück, dafür mag deine Schlauheit ausreichen, und erzähle den Menschen, wie schwer unser Dienst hier ist. Dann werden sie vielleicht auch mehr Geduld am Telefon lernen. Aber weil du mir treu gedient hast, will ich dir deinen Lohn nicht vorenthalten. Hier!« Riesi-Biesi zog aus der Tasche seines Funkenkleides sah ein goldenes Telefon. Das war so klein, dass man es kaum mit bloßem Auge sehen konnte. »Hältst du den rechten Hörer gegen das Ohr, so hörst du alles, was die Leute reden. Hältst du den linken ans Ohr, so vernimmst du alles, was sie denken. Nun mach damit dein Glück, Friedel, Schlau-Michel!« Ehe Friedel wusste, wie ihm geschah, fühlte er sich von dem winzigen König Riesi-Biesi ans Schlaffittich genommen und zum Guckfenster hinaus spediert. Das Fenster zum Telefonland schlug hinter ihm zu. Friedel, Schlau-Michel aber machte, dass er davon kam, denn die gelben Köter von dem braunen Haus kläfften ihn feindselig an. Als er ein Stück gewandert war, fiel es ihm ein, dass es jetzt wohl Zeit sei, Riesi-Biesis Geschenk zu probieren. Er holte das winzige Telefon aus der Tasche und hielt den rechten Hörer, der nicht größer war als ein Fliegenauge, gegen sein abstehendes Ohr. Potztausend, das war eine lustige Sache. Hunderte von Stimmen schwirrten durcheinander, aber jetzt unterschied er deutlich die Einzelnen. »Das ist ja der Herr Apotheker von daheim!« rief er plötzlich. Und siehe da, nun hörte er noch eine Stimme in seinem kleinen Telefon. Der Herr Apotheker sprach zu seinem Vater. Jedes Wort konnte Friedel verstehen. »Passen Sie mal auf, Herr Schlau-Michel! Der Friedel macht sein Glück in der Welt! Der kommt als reicher Mann wieder heim!« Friedel hüpfte das Herz vor Freude im Leibe, als er diese Worte vernahm. »Muss doch mal hören, was er sonst noch alles Schönes von mir denkt!« dachte Friedel und griff nach dem linken Hörer. »Friedel Schlau-Michel! Dieser Dumm-Michel bringt es sicher zu nichts! Dieses Kamel ist ja selbst zum Tunichtgut zu dämlich!« Friedel ließ entsetzt den Hörer sinken. »War's möglich?« »Nein, er hatte sich bestimmt nicht getäuscht. Deutlich hatte er die Gedanken hinter der eckigen Stirn des Apothekers belauscht.« »Pfui!« »Friedel spie in weitem Bogen aus.« »Pfui!« »Wie konnte ein Mensch gerade das Gegenteil von dem sagen, was er dachte?« Das tat dem ehrlichen Friedel viel wehr als die Schmeicheleien, die er zu hören bekommen. Und je öfter Friedel sein kleines Telefon gebrauchte, umso trauriger wurde er. Welchen Namen er auch nannte, fast immer sagten die Leute gerade das Entgegengesetzte von dem, was sie meinten. Da zog Friedel sein Taschentuch aus der Tasche und wickelte Riesibiesis Gabe hinein. Ihm war die Lust vergangen, die Lügen der Menschen noch weiter mit anzuhören. Als er den Tag über gewandert war, kam er in eine schöne Stadt. Da flutete eine große Menschenmenge durch die Straßen. Friedel Schlaumichel schloss sich der Menge an. Vor dem stattlichen Königsschloss machte man Halt. Friedel erkundigte sich, was es denn gäbe. »Ach«, sagte man ihm, »unsere Prinzessin soll sich verheiraten, weil der König schon zu alt ist zum Regieren, aber sie will nur den Mann heiraten, der dreimal ihre Gedanken errät. Wer das nicht kann, den lässt sie unbarmherzig töten. Neunundneunzig Freier sind schon ihretwegen gestorben.« »Ei, so will ich der Hundertste sein«, sprach Friedel Schlaumichel. Und ohne auf das Abraten des Volkes zu hören, zog er sein kleines Telefon aus der Tasche und schritt dreist in das Königsschloss. Hier wurde er sogleich zu der Prinzessin geführt, denn der König hatte Befehl erteilt, keinen Freier, wer er auch immer sei, zurückzuweisen. Als Friedel Schlaumichel die schöne Prinzessin erblickte, dachte er, »Die ist mir gerade hübsch genug zur Frau.« Die Prinzessin aber erschrak, als sie Friedel mit den abstehenden Ohren zu Gesicht bekam. »Wie heißt du?« fragte die Prinzessin. »So wie ich ausschaue, Friedel Schlaumichel«, antwortete Friedel keck. »Was denke ich augenblicklich?« fragte die Prinzessin zum Ersten. Friedel führte Riesi-Biesis Telefon unauffällig an das Ohr, und weil das Ohr so groß war und das Telefon so klein, sah es nur aus, als ob er sich kratze. »Ihr denkt, der Esel mit den abstehenden Eselsohren wird das sicher nicht erraten,« antwortete Friedel, ohne auch nur einen Augenblick nachzudenken. Die Prinzessin verfärbte sich, aber sie fragte weiter, »Was denke ich jetzt zum Zweiten?« »Der Esel scheint doch ein Schlaumichel zu sein, aber heiraten tue ich ihn bestimmt nicht«, war Friedels prompte Antwort. Da wurde die Prinzessin so weiß wie das Seidenkleid, das sie trug. »Und zum Dritten?« hauchte sie. Friedel presste den Hörer gegen sein abstehendes Ohr. »Deutlich vernahm er die Gedanken hinter der bleichen Stirn der Prinzessin.« »Es wird mir nichts helfen. Er ist schlauer als ich. Ich muss ohne Widerrede Frau Schlaumichel werden,« rief Friedel selig und fing die ohnmächtige Prinzessin in den Armen auf. Und es half wirklich nichts. Gleich am nächsten Morgen wurde die Hochzeit gefeiert. König Schlaumichel aber regierte weise und gerecht in seinem Reicher. Durch Riesi Biesis Geschenk konnten ihn seine Minister, Höflinge und Diener nicht betrügen, denn er hörte nicht nur, was sie sagten, sondern auch, was sie dachten. Die junge Königin aber war froh und glücklich, einen so schlauen Mann zu haben. Der Kakaobaum Lieselotte saß vor ihrer Tasse und schnitt ein Gesicht. Sie schnupperte wie ein Hündchen an dem bräunlichen Getränk und legte dann mit plötzlichem Widerwillen den Löffel hin. »Kind«, sprach die Mutter streng, die das unartige Gebaren des Töchterchens beobachtet hatte, »nimm die Tasse und trink deinen Kakao. Alle Kinder mögen Kakao gern. Nur mit dir habe ich jeden Abend den gleichen Ärger.« Lieselotte rührte langsam in der Tasse herum. Sie blickte auf die dicke Haut, die sich allmählich auf dem Abendstrank bildete, und rümpfte das Näschen. Nein, sie konnte das grässliche Zeug nicht trinken. Sie mochte es zu ungern. »Wenn du deinen Kakao nicht trinkst, Lieselotte, dann wächst wie ein Kakaobaum aus dem Magen heraus,« drohte die Mutter. Das kleine Mädchen lachte. Die Sache kam ihr spaßig vor. Aber als sie sah, dass die Mutter ein sehr ernstes Gesicht machte, wurde es ihr doch nicht so recht geheuer. Sie griff nach dem Löffel, kniff die Augen zu, als ob sie Medizin nehmen sollte, und schob ganz geschwind einen Teelöffel voll in den Mund. Brrrr, schmeckte das grässlich. Lieselotte würgte und würgte. Mehr konnte sie wirklich nicht davon trinken. Mutter würde ihr schon etwas anderes zum Abendbrot geben. Aber Mutter blieb fest. »Trinkst du deinen Kakao nicht, musst du hungrig zu Bette gehen, und außerdem, denk an den Kakaobaum,« warnte sie. »Ach was, der dumme Kakaobaum! Mutter wollte ihr gewiss nur Angst machen,« versuchte Lieselotte, das unruhige Pochen ihres Herzchens zu beschwichtigen. Mit hungrigem Magen lag sie im Bett und fühlte alle Augenblick nach, ob der Kakaobaum auch bloß nicht wachse. Aber schließlich fielen ihr doch vor Müdigkeit, trotz ihrer Furcht, die Augen zu. O Jammer! Am anderen Morgen, da schaute ein winzig grünes Zweiglein aus ihrem Nachtrock hervor. Weinend riss und zerte Lieselotte daran, so weh es auch tat. Vergebens! Das Zweiglein saß fest. Da schlich sich das kleine Mädchen heimlich an Mutters Nähtisch, nahm die Schere und schnipp-schnapp, schnitt sie das Zweiglein herunter. Hurra! Nun war sie den Kakaobaum los. Mit leichtem Herzen machte sich Lieselotte auf den Weg zur Schule. Dachte denn das kleine dumme Mädel gar nicht daran, dass ihr die Wurzeln noch im Magen stecken geblieben? Nein. Mit Seelenruhe saß sie in der Rechenstunde und schrieb gerade das Einmaleins mit der Fünf nieder, als sie ein merkwürdiges Jucken in der Magen gegen verspürte. Ei, schon wieder Hunger. Sie hatte doch soeben erst ihr Frühstücksbrot verzehrt. Aber das Jucken wurde stärker. Jetzt begann der Magen ärgerlich zu knurren, so laut, dass die Lehrerin zum Fenster lief, ob es draußen gewittere. Lieselotte aber schielte entsetzt auf ihre Matrosenbluse herab. Da steckte ein winziges Zweiglein sein Köpfchen fürwitzig aus dem obersten Knopfloch heraus. Oh Schrecken! Der Kakaobaum fing wieder an zu wachsen. Und ob das kleine Mädchen auch die Hände auf das Zweiglein presste, es wuchs und wuchs mit unheimlicher Geschwindigkeit. Schon streckte es seine spitzengrünen Blätter durch Lieselottes Finger hindurch. Jetzt reichte es ihr bis zum Mund. Jetzt stieß sie mit dem Näschen dagegen. Und nun wölbte er sich wie ein niedlicher, grüner Hut über ihren blonden Krauskopf. Die Schwulkinder ringsum aber rückten von Lieselotte ab, sahen mit scheuen Augen auf sie und flüsterten. Die hat ihren Kakao nicht getrunken. Der wächst ein Kakaobaum aus dem Magen. Und als das kleine Mädchen die Mappe auf den Rücken schnallen wollte, stieß sie überall gegen ein Zweiglein. Nach allen Seiten hin streckte der grässliche Kakaobaum seine Äste. So groß war er jetzt schon geworden, dass Lieselotte wie unter einem Regenschirm die Straße entlang jagte. Denn überall blieben die Leute stehen und wiesen mit Fingern auf sie. Daheim aber saß die Mutter und weinte, dass ihr Kind für immer mit einem Baum herumlaufen musste. Am Abend ließ Lieselotte wieder ihren Kakao stehen. Nun war ja der Baum doch schon einmal gewachsen. Nun kam es ja schon nicht mehr darauf an. Als aber das Bäumchen sah, dass Lieselotte ihren Kakao nicht trinken mochte, da reckte es seine Zweige und wuchs und wuchs, dass es wie eine große Laube seine Äste über sie breitete. Lieselotte wurde ganz müde von der schweren Last, die auf ihren kleinen Magen drückte. Sie wollte sich ins Bett legen. Doch, oh weh, der Kakaobaum war zu groß geworden. Er stieß mit dem grünen Wipfel gegen die Zimmerdecke. So musste Lieselotte auf der harten Erde schlafen. Und noch immer hörte der Kakaobaum nicht mit Wachsen auf. Am nächsten Morgen, da war auch das Häuschen, in dem Lieselotte wohnte, für ihn zu klein geworden. Das arme Kind musste fort von Vater und Mutter. Sonst hätte der böse Kakaobaum das ganze Häuschen umgerissen. Ach, wo sollte sie nun hin? Selbst die Kirchentür war nicht hoch genug für ihren Baum. Weinend lief sie in den Wald. Die Bäume wenigstens würden sie nicht auslachen wie die bösen Menschen in der Stadt. Hier im großen fremden Walde war sie jetzt zu Hause. Sie stellte sich mitten unter dunkelgrüne Tannen und lichte Eichenbäume und sagte freundlich, Guten Tag, meine Herrschaften. Darf ich bei Ihnen bleiben? Aber die Tannen rafften ihr Nadelkleid zusammen und zogen sich hochmütig zurück. Und die Eichen flüsterten, Wer nicht trinkt, den Kakao sein, der darf hier in den Wald nicht rein. Aber wo soll ich denn bloß hin? jammerte Lieselotte. Wenn ihr mich sogar verstößt. Es dunkelt schon. Wenigstens diese Nacht lasst mich hierbleiben. Die Bäume des Waldes nickten zustimmend mit dem grünen Haupt. So legte sich Lieselotte unter ihren Kakaobaum zum Schlummer nieder, sprach ihr Nachtgebet und horchte ängstlich, ob auch keine wilden Tiere kämen. Da, was war das? Ein leises Knacken in den Zweigen ihres Baumes. Lieselotte blinzelte herzklopfend, was das wohl für ein Ungetüm wäre. Vorläufig konnte sie bei den zittrigen Mondstrahlen nur einen langen, rötlichen Schweif erkennen. Lieber Gott, sollte am Ende ein Löwe in ihren Kakaobaum gesprungen sein? Nein. Das kleine Mädchen atmete auf. Es war nur ein harmloses Eichhörnchen, das bescheiden an die Rinde ihres Kakaobaumes pochte. »Was wünschen Sie?« fragte Lieselotte schläfrig. »Entschuldigen Sie, liebes Fräulein.« Lieselotte wurde ganz munter, als man sie, sie und Fräulein anredete. »Ich bin ein armer, wandernder Handwerksbursche und habe mich im Wald verirrt. Das Gasthaus zur grünen Tanne und der Eichenkrug sind bereits geschlossen. Würden Sie mir nicht in Ihrem Baum Nachtquartier geben?« Lieselotte war froh, dass sich jemand an sie heranwagte und nicht wie alle anderen vor ihrem Kakaobaum Reis ausnahm. So sagte sie höflich, »Bitteschön, machen Sie sich's nur bequem, aber nehmen Sie sich in Acht, dass Sie sich nicht an den spitzen Blättern stechen.« Das Eichhörnchen dankte und bald schnarchte es mit Lieselotte um die Wette. Früh am anderen Morgen, als die Lerche den ganzen Wald weckte, schlug auch Lieselotte die Augen auf. »Musste sie denn heute nicht erst um neun in die Schule?« »Ach Gott, sie war ja nicht daheim. Sie lag ja im fremden Wald mit einem großen Kakaobaum auf dem Magen.« Ihr ganzes Elend stand ihr wieder vor Augen. Große Tränen rannen ihr die Bäckchen herab. Da fühlte sie plötzlich etwas Weiches am Gesicht. Das war, wie wenn die Mutter daheim ihrem Liebling zärtlich die Tränen trocknete. Überrascht blickte Lieselotte auf. Das Eichhörnchen war von Ast zu Ast gesprungen, den glatten Baumstamm hinuntergerutscht und wischte ihr jetzt mit seinem langen Puschelschwanz mitleidig die Tränen von den Wangen. »Warum weinen Sie, liebes Fräulein?« fragte es teilnehmend. Da erzählte ihm Lieselotte stockend ihre Geschichte. »Jetzt wird es mich wohl auch verachten und vor mir davonlaufen,« dachte die Kleine betrübt. Aber das Eichhörnchen blieb zutraulich sitzen und blickte mit klugen Augen auf das weinende Kind. »Wie gern wollte ich jetzt meinen Kakao trinken,« schloss Lieselotte traurig ihrer Erzählung. »Wenn ich nur den alten Baum wieder loswerden könnte.« Das Eichhörnchen überlegte. »Ich bin auf meiner Wanderschaft viel herumgekommen. Da hörte ich auch einmal von einem Land, das weit weg über dem großen Meer liegen soll. Kakaoland ist es geheißen. Dort wachsen die Kakaobäume. Sicherlich stammt auch der Irige dort her. Sie müssen das Kakaoland suchen, liebes Fräulein. Vielleicht können Sie ihren Baum dort lassen.« Lieselotte machte ein bestürztes Gesicht und verzog schon wieder weinerlich den Mund. »Was? Ganz allein soll ich über das große Meer in das fremde Land reisen? Nein, das kann ich nicht. Ich bin ja erst sieben Jahre alt.« »Nun, nun«, lächelte das Eichhörnchen. »Sieben, ja? Das ist schon ein ganz hübsches Alter. Wenigstens für ein Eichhörnchen. Aber weil Sie mir so freundlich heute Nacht Obdach gegeben haben, will ich Ihnen das Kakaoland suchen helfen. Mir ist es ja gleich, wohin ich wandere.« Lieselottes Augen begannen wieder heller zu blicken. »Oh, das ist lieb von Ihnen, dass Sie mir Gesellschaft leisten wollen. Nun fühle ich mich gar nicht mehr so einsam. Klettern Sie gefälligst in den Wipfel meines Kakaobaums. Da können Sie am besten Umschau halten. Und sagen Sie mir, wo ich langgehen soll. Ich trage Sie gern auch noch.« »Das sollen Sie nicht, liebes Fräulein,« wehrte das Eichhörnchen. »Der große Baum ist gerade schwer genug für solch kleines Dämchen. Ich will Ihnen schon voranspringen. Aber ehe wir uns auf die Reise machen, schlage ich, da wir doch nun mal Wandergenossen sind, Brüderschaft vor. Ich heiße Knabbermäulchen. Und du?« »Lieselotte,« sagte das kleine Mädchen, heimlich froh, dass man sie wieder »du« anredete. Denn sie hatte sich doch ein bisschen vor den Tannen- und Eichenrings umgeniert. Die sahen Lieselottens und Knabbermäulchens Aufbruch mit neugierigen Augen zu. Leise wisperten sie hinter den beiden her. »Ob der Weg auch schwer und weit, wehrt die Mühe dir nicht leid. Hast's Kakaoland gefunden, ist der böse Baum geschwunden.« Da machte sich Lieselotte mit hoffnungsfrohen Augen auf den Weg. Und vor ihr sprangen großen Sätzen Knabbermäulchen und sah sich alle Augenblicke nach seiner kleinen Gefährtin um. Aber bald wurden Lieselottes Schritte kleiner und kleiner. Auf ihren leeren Magen drückte der Baum so schwer, dass sie ihn kaum noch schleppen konnte. Erschöpft sank sie zu Boden. »Ich kann nicht mehr weiter. Der Baum ist zu schwer und ich bin so hungrig. Ach, ich werde elendig verhungern,« weinte sie. Knabbermäulchen war schon an ihrer Seite. »Gleich sollst du eine Tasse Kakao bekommen, Lieselotte,« sprach es. Fein säuberlich band es sich ein großes Fahrenblatt als Schürze vor und pflückte dann geschickt mit den Pfoten die länglichen Kakaofrüchte vom Baum. Knacks, da biss es die gurkenartige Schale mit den spitzen Zähnchen durch und förderte die darin enthaltene Kakaobohne ans Tageslicht. Mit einem Baumzweiglein zerstampfte Knabbermäulchen die Kakaobohne in der Schale. Die gab einen prächtigen Trinkbecher. Nun noch Wasser vom nahen Bächlein geschöpft und Lieselottes Frühstückstrunk war fertig. Verlächzt goss sie den Kakao hinunter. Er war zwar lange nicht so gut, wie der, den Mutter daheim kochte, schrecklich bitter war er, aber Lieselotte meinte niemals etwas so Schönes getrunken zu haben. Erquickt dankte sie Knabbermäulchen, dem kleinen Koch. »Jetzt werde ich wohl weiter wandern können,« meinte sie, sich mühsam erhebend. Aber Knabbermäulchen hielt sie zurück. »Das leide ich nicht, dass du so erschöpft den schweren Baum trägst. Der Weg ist noch lang. Wir müssen anderen Rat ausfindig machen,« sprach das gute Eichhörnchen. Plötzlich machte es vor Freude einen Satz, höher als Lieselottens Kakaobaum. »So geht's. Ich hab's. Warte, Lieselotte.« Knabbermäulchen stieß einen eigentümlichen Pfiff aus. Da begann es sich rings in den grünen Baumwipfeln zu regen. Äste knarrten, Zweige knackten und Blätter raschelten. Hops, von allen Seiten kamen sie herbeigeeilt, die kleinen Eichhörnchen des großen Waldes, viele hunderte. »Eilte herbei auf deinen Schrei, der Eichhörnchen scharr, wo droht Gefahr?« So fragten sie eifrig. Knabbermäulchen wies auf Lieselotte. Die mit großen Augen die vielen rostbraunen Gesellen betrachtete. »Hier meiner kleinen Reisekameradin galt das Notsignal. Wenn wir ihr nicht helfen, findet sie nimmer das Kakaoland, oder er liegt der Erschöpfung. Flugs angepackt, meine Freunde, legt den Kakaobaum um!« Da sprangen hunderte von Eichhörnchen in Lieselottens Baum und hingen sich daran mit vereinten Kräften. Bums lag der Baum auf der Erde und Lieselotte auf dem Näschen. »Ja, Lieselotte, das hilft nun nichts. Auf dem Bauch musst du liegen, weil doch der Kakaobaum aus deinem Magen gewachsen ist. Aber wenigstens brauchst du ihn nicht mehr zu schleppen. Halte dich fest an seiner Rinde!« Knabbermäulchen band hier ein Eichhörnchen an einen Zweig des Baumes, schwang sich als Kutscher obendrauf und hui, ging die Reise los. Die Eichhörnchen zogen den Kakaobaum mit Lieselotte über den weichen Moosteppich, bergauf und bergab, viele Tage lang. Das war eine lustige Fahrt mit den munteren, beweglichen Pferdchen. Aber plötzlich standen die vordersten still. Knabbermäulchen knallte mit seiner Gärtenpeitsche, doch der Kakaobaumwagen bewegte sich nicht. Da sprang Knabbermäulchen vom Bock, um zu sehen, was es denn gäbe. »Wir kommen nicht weiter!« meldete ein Eichhörnchen. »Ein großes Wasser liegt vor! Keiner von uns wagte sich da hinein!« Richtig, ein großes Wasser mit haushohen Wellen dehnte sich vor ihnen. Wasser, wohin sie auch blickten. Sie standen am Meer. Knabbermäulchen kratzte sich bedenklich mit der linken Pfote den Kopf. Jetzt war guter Rat teuer. Wie brachte er Lieselotte mit ihrem Kakaobaum da hinüber? Denn hinüber mussten sie, waren sie so weit gewandert, wollten sie auch das Kakaoland finden. Da kam eines der Eichhörnchen, das besonders klug ausschaute und eine Brille auf der Nase trug, es war Professor an der Baumschule, auf eine gute Idee. Die Eichhörnchenpferdchen wurden ausgespannt und der Kakaobaum mit vieler Mühe, Ächzen und Stöhnen auf den Kopf gestellt, dass seine Krone auf der Erde lag. Lieselotte schrie laut auf. Sie schwebte plötzlich hoch oben in der Luft an der Wurzel des Baumes und klammerte sich ängstlich an seinen Stamm. Knabbermäulchen aber sprangen das grüne Geäst. Das war wie ein kleines Schifflein anzusehen. Er griff zwei kräftige Äste als Ruder und »Ohihoh! Ohihoh!« riefen seine kleinen Freunde und stießen das Kakaobaumschifflein hinaus in die blauen Fluten. Gleich einem stattlichen Mastbaum ragte der Stamm in die Luft und oben wie in einem Mastkorb hing die verängstigte Lieselotte. »Fahr getrost nur übers Meer, dir winkt frohe Wiederkehr. Findst du das Kakaoland, wird getilget Schimpf und Schand.« So riefen die Eichhörnchen hinter ihr her und ließen ihre langen Puschelschwänze wie Taschentücher in der Luft wehen. Knabbermäulchen aber steuerte geschickt durch die wilde Brandung. Der weiße Wellenschaum spritzte ihm ins Gesicht, aber das focht es nicht an. Und die Fischlein auf ihrer Bahn hoben erstaunt die Köpfe aus dem Meer und glotzten, stumm vor Verwunderung, dem merkwürdigen Schiff nach. Da fing Lieselotte auf einmal ganz entsetzlich an zu brüllen. Knabbermäulchen hob erschreckt den Kopf. »Ein Haifisch! Ein riesiger Haifisch!« So schrie sie und wies mit dem Finger auf ein großes Ungetüm, das wie ein Pfeil durch die Wogen auf sie zuschoss. »Seh nur, wie er das gewaltige Maul aufreißt! Er will uns fressen! Er frisst uns!« Lieselotte schwanden die Sinne. Auch Knabbermäulchen gab sich und seine kleine Gefährtin verloren. Jeden Augenblick erwarteten sie, dass der Riesenhaifisch sie verschlingen werde. Jetzt war er dicht vor ihnen. Puh, wie seine grässlichen Zähne drohten! Da bekam das Fahrzeug mit einem Mal einen fürchterlichen Stoß. Lieselotte und Knabbermäulchen rissen entsetzt die Augen auf. Befanden sie sich bereits im Magen des Haifisches? Nein, sie trieben noch auf hoher See, und in den dichten Zweigen des Kakaobaums hing fest verstrickt das grässliche Untier. Es war mit zu großer Gewalt gegen das Baumschifflein gepreilt und konnte jetzt nicht wieder los. Wütend schwamm es mit seinen mächtigen Flossen durch die tobenden Wellen und zog das Schifflein mit Lieselotte und Knabbermäulchen hinter sich her. Selig klatschte Lieselotte in die Hände und Knabbermäulchen vollführte einen Freudensprung bis zu ihr hinauf, denn jetzt brauchten sie es nicht mehr zu rudern. Der Haifisch zog das Schifflein pfeilgeschwind durch die Wogen, das ihnen Sehen und Hören verging. Er schwamm mit ihnen, bis man in der Ferne Land schimmern sah. Da riss er sich so ungestüm von den fesselnden Zweigen los, dass er das Schifflein mit seinen Insassen an den Strand schleuderte. Lieselotte hatte sich zwar das Knie aufgeschlagen und Knabbermäulchen sich das rechte Ohr etwas gequetscht, aber was schadete das? Sie hatten doch jetzt wieder festen Boden unter den Füßen. Neugierig hielten sie Umschau. Da standen viele tausende von Bäumen. Die schauten gerade so aus wie Lieselottens Kakaobaum. Freundlich neigten sie ihre Wipfel den Ankömmlingen zu. In den Zweigen aber sprangen merkwürdige Wesen auf und nieder. Halb sahen sie aus wie Menschen und halb wie Eichhörnchen. Das sind ja Affen, richtige Affen wie im zoologischen Garten, rief Lieselotte, als sie an Knabbermäulchens Pfote den merkwürdigen Bewohnern näher kam. Da sprang auch schon ein Affe in blauer Schutzmannstracht von seinem Baum herab und mit einem Satz an Lieselottens Kakaobaum empor. Dort oben machte er eine höfliche Verbeugung und sprach, »Als Wächter vom Kakaoland bewache ich viele ja den Strand. Was ihr auch seid, Mensch oder Tier, sagt an. Was wollt ihr bei uns hier?« Lieselotte und Knabbermäulchen aber antworteten nicht. Die fielen sich erst beide um den Hals aus Freude, dass sie das Kakaoland endlich gefunden. Dann aber sagte Lieselotte beherzt, »Ich möchte diesen Kakaobaum, der hierher gehört und nicht in meinen Magen, gern los sein. Können Sie mir nicht sagen, Herr Wächter, wie ich das am besten anfange?« Der Affe überlegte, »Hm, ich werde euch zu meinem König führen. Der ist her über alle Kakaobäume. Auch eurer wird ihm wohl gehören.« Damit stolzierte der Wächter den beiden voraus. Und rings aus den Zweigen schauten all die Affen, das ganze Volk im Kakaoland, voll Neugier auf die Wanderer. Manche warfen ihnen auch Kakaobohnen an den Kopf, dann aber wurde der Führer bös. So kamen sie bis an das Königsschloss, dem allerhöchsten Baum im Lande. Ein fein geschniegelter Affe mit Schnallenschuhen und Kniehosen, der Herr Hofmeister, führte sie zum König. Das war ein uralter, grauhaariger Affe. Würdevoll hockte er auf seinem Blätterthron und neben ihm sein holdes Töchterlein, ein allerliebstes Äffchen. »Aha«, nickte er, »das kleine Mädchen, dem ich den Kakaobaum in den Magen gepflanzt habe, weil sie meinen schönen Kakao nicht mag. Hast du wirklich hergefunden?« Lieselotte traute sich nicht näher. Sie hatte entsetzliche Angst vor dem großen Affen. Aber Knabbermäulchen nahm statt ihrer das Wort und bat den Herrn König sehr, seine kleine Freundin von dem Kakaobaum zu befreien. »Hm«, der Affenkönig machte ein ernstes Gesicht. »Willst du von nun an auch jeden Abend deinen Kakao austrinken?« Lieselotte nickte scheu. »Nein, das genügt mir noch nicht«, meinte der majestätische Affe. »Versprich es mir mit Handschlag.« Er streckte Lieselotte seine braune, beharrte Rechte entgegen. Das kleine Mädchen zögerte ängstlich. Aber dann dachte sie daran, dass sie ja dann immer den Baum behalten müsse, und schnell legte sie ihr weißes Händchen in die braune Königspfote. Der griff mit der linken nach ihrem Kakaobaum und zog und zog. »Du tust mir weh«, heulte Lieselotte. »Au, lass los! Au, mein Arm!« Da hörte sie der Mutter Stimme plötzlich neben sich. »Aber Kind, Lieselotte, du bist ja heute gar nicht munter zu kriegen. Du wirst die Schule versäumen!« Die Mutter zog sie von Neuem am Arm. Lieselotte schlug verwirrt die Augen auf. Sie lag in ihrem Bettchen in der Kinderstube. Vor ihr stand die Mutter. Angst vollgriff Lieselotte nach ihrem Magen. Hurra! Der Baum war fort. »Mutter, der Kakaobaum!« Glückselig fiel sie der Mutter um den Hals. Die drohte lächelnd. Für diesmal ist er noch nicht gewachsen. Trotzdem deine volle Tasse von gestern Abend noch hier auf dem Tisch steht. »Nicht gewachsen? Aber Mutter, er war ja gewachsen. Riesengroß! Und im Walde war ich bei den Eichhörnchen und im Kakaoland bei den Affen.« Sie kam nicht weiter, denn die Mutter lachte, dass ihr die Tränen über die Wangen kullerten. »Siehst du? Das ist die Strafe dafür, wenn man seinen Kakao nicht trinkt. Dann träumt man in der Nacht so kunterbuntes Zeug. Du hast ein paar Mal so laut geschrien, dass ich an deinem Bettchen war.« Lieselotte schüttelte den Kopf. »Sie sollte das alles nur geträumt haben?« »Nein. Sie hatte doch den Kakaobaum deutlich auf dem Magen gespürt. Und, Knabbermäulchen, was war denn aus dem geworden?« Aber als sie merkte, dass nur eine einzige Nacht verflossen war seit dem Abend, da die Mutter mit dem Kakaobaum gedroht, da musste das kleine Mädchen es doch glauben, dass alles nur ein böser Traum gewesen. Trotzdem aber hielt Lieselotte das Versprechen, das sie dem Affenkönig gegeben. Sie trank ihre Tasse jetzt jeden Abend ganz aus. Und der Kakaobaum ist nie wieder gewachsen. Piepmatz der Gassenjunge Ein Spatzenmärchen Der unnützeste Schlingel in der ganzen Gasse war zweifellos Plusters Jüngster. Er hatte die zerschundensten Knie und die zerlöchertsten Hosen. Kein Dach war ihm zu hoch und keine Wand zu steil. Mochte die Köchin die Speisekammer noch so fest verschließen, Piepmatz Pluster entdeckte immer noch einen Durchschlupf. Er war ebenso frech als gefräßig. Das fanden all die anderen Familien, die in der Gasse hausten. Frau Spatz, Frau Piep, Frau Sperling und Frau Vogelbein steckten beim Kaffeekränzchen die Köpfe zusammen, piepten und kreischten durcheinander, dass man so etwas dulden müsse, dass man seine wohlerzogenen Kinder mit diesem Lümmel zusammen in dieselbe Schule schicken musste. Und im Wirtshaus zum Rinnstein lärmten und resonierten die Männer beim Abendshoppen über den gleichen Gegenstand. Piepmatz Pluster war der Schrecken der Gasse. Frau Pluster vergötterte ihren Jungen in blinder Mutterliebe. Was Piepmatz auch verbrach, die Mutter hatte immer eine Entschuldigung für ihr Nesthäkchen. Vater Pluster kümmerte sich nicht viel um seine Erziehung. Der war den ganzen Tag unterwegs. Er war ein leidenschaftlicher Jäger und lieferte seiner lieben Frau manch fetten Fliegenbraten in die Küche. Als Piepmatz zum ersten Mal seine schwarzen, unverschämten Äuglein aufschlug, war Frau Pluster vor Freude ganz aus dem Häuschen. Du sollst sehen, Alter, aus dem Jungen wird etwas Besonderes, prophezeite sie in eitlem Mutterglück. Keins von den anderen Kindern sieht so manierlich aus. Sieh nur, wie er schon den Schnabel wetzt, wie er die Federn sträubt. Ein Prachtbängel. Vater war nicht der Mann vieler Worte. Er hatte nur ein beifälliges Piep zur Antwort, plusterte aber doch in geheimem Stolz seine Federn auf und flatterte in der Gasse umher, die Freudenbotschaft Gefattern und Nachbarn zu melden. Gleich bei der Taufe zeigte Piepmatz, dass er kein gewöhnliches Spatzenbaby war, das in ihm etwas Besonderes steckte. Seine Brüder und Schwestern, die kurz vor ihm aus dem Ei gekrochen, lagen stumm und dumm in der Wiege, lutschten fromm am Flügel und ließen sich geduldig von der Taufgesellschaft bewundern. Aber als die alten Mumen und Basen mit den vornehmen grauen und braunen Federhüten nun auch um Piepmatz herumschwänzelten und »Nein, ist der süß, wie zart und mollig, der ganze Papa, aber die Augen hat er von der Mutter«, durcheinanderkreischten, da piepte das Taufkind wie am Spieß, dass keiner sein eigenes Wort verstehen konnte. Und als Großvater Kurzschwanz, der alte, würdige Herr im grauen Frack und schwarzen Sammetkäppchen sich niederbeugte, um sein jüngstes Enkelchen zu küssen, pickte der Gelbschnabel ihm wütend ins Gesicht. »Wenn das nur ein gutes Ende mit dem Jungen nimmt«, »kopfnickte der Alte, seinen zerzausten Bart wieder glattstreichend. Und all die Freunde und Verwandten, die es sich bei Plusters hatten wohl sein lassen, zwitscherten, als sie auf der Treppe waren durcheinander. »Das nimmt kein gutes Ende. Piep, passt auf, der Junge kommt nochmal an den Galgen.« Ja, ein Galgenstrick war und blieb der kleine Piepmatz. Als er kaum Flüge war, zankte und biss er sich mit den Geschwistern, dass die Federn nur so flogen. Von morgens bis abends schallte das Geschrei aus Plusters Kinderstube. Mutter war eine sehr nervöse Dame. Sie lag auf dem Strohsofa und hielt sich die Ohren zu. War Vater zu Hause, schlug er wohl ab und zu mal aufgebracht mit den Flügeln. Aber meistens flog er auf Mücken anstand oder hatte beim Gericht zu tun. Fast mit allen Nachbarn hatte er Prozesse. Er war ebenso unverträglich wie sein Sohn Piepmatz. Der ruhte nicht eher, als bis er seine sämtlichen Geschwister aus dem väterlichen Nest fortgebissen hatte. Nun war er die Aufpasser endlich los. Unternehmungslustig hüpfte er im leeren Nest umher. Mutter war auf den Markt geflogen, den Kehrichthaufen drunten im Hof, und Vater hatte seinen wöchentlichen Skatabend. Piepmatz hielt die Zeit für seine erste Heldentat gekommen. Drunten, gerade an der Dachrinne, an der Plusters wohnten, lag ein merkwürdiges, leuchtendes Etwas. Piepmatz äugte mit seinen scharfen, runden Äuglein neugierig auf das seltsame Ding. Sein Wissensdurst trieb ihn näher hinzu. Noch etwas ungeschickt und teppisch flatterte er zu dem Straßenpflaster hinab. Ein zierliches, kleines Hölzchen war's, an der einen Seite feuerrot, an der anderen gelb. Der dicke Gastwirt, der in der Tür seines Lokals so breitspurig seine Pfeife rauchte, hatte es soeben fortgeworfen. Piepmatz musste die Sache eingehender untersuchen. Fürwitzig näherte sich sein Schnäbelchen der schönen roten Seite des Hölzchens. Piep, piep! Oh, tat das weh. Piepmatz hatte sich gehörig den Schnabel verbrannt. Aber der Gassenjunge gab sich noch nicht zufrieden. Er musste doch sehen, ob das mit der gelben Seite des Hölzchens die gleiche Bewandtnis habe. Ängstlich begann er daran zu picken. Sonderbar. Die gelbe Seite war kalt. Piepmatz hatte in seinem jungen Leben noch nichts von Streichhölzern gehört. So beschloss er, seine merkwürdige Entdeckung zur weiteren Forschung mit in die Wohnung zu nehmen. Behutsam fasste er das leise schwelende Hölzchen beim ungefährlichen Ende und flog damit ins Nest zurück. Hier verbarg er seinen Fund sorgsam unter Strohhalmen, Wolle und Papierschnetzeln. Ein seltsam knisterndes Geräusch machte sich bald bemerkbar. Piepmatz drehte das Köpfchen mit dem braunen Haarschopf nach allen Seiten. Ei, die gute Stube des Nestes stand in gelbrotem Feuerschein. Lustig züngelten kleine Flämmchen daraus empor. Piepmatz hüpfte vor Freude von einem Bein auf das andere. Die Sonne ist in unser Nest gesprungen! Die Sonne ist in unser Nest gesprungen! jubelte er, denn die Sonne war das einzige Feuer, das der kleine Wicht kannte. Mit jauchzendem piep! flog er auf das Dach gegenüber, wo die wilde Sperlingsjugend sich haschte und beigte. Würden die Jungen aber neidisch sein. Drei Käse hoch! Das ist nicht die Sonne! belehrte ihn ein lang aufgeschlossener Sperlingsjunge ziemlich von oben herab. Das ist Feuerwerk! Neulich hat mich mein Vater in ein Gartenlokal mitgenommen, wo die Menschen Bier trinken und schreien. Da war es gerade so. Nur noch viel schöner! Piep! Piepmanns ärgerte sich, dass der große Spatzenjunge etwas noch Schöneres gesehen hatte. Aber die übrigen Sperlingsbuben und Mädels rissen vor Staunen Augen und Schnabel auf. Sie alle bewunderten Plusters so schön beleuchtetes Nest. Da flogen jetzt sprühende Funken auf. Die sprangen weit auf das Dach, fraßen sich durch die Balken hindurch und schlugen bald als lodernde Flammen aus den Bodenfenstern. Und die klugen Menschen, die in dem Haus wohnten, ahnten nichts von dem Unheil, das der wenige Wochen alte Piepmanns angerichtet. Nur das Spatzenvolk ringsum auf den Dächern wurde aufmerksam. Das lärmte, piepste und kreischte durcheinander. Feuer! Feuer! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Verstand denn keiner von all den Menschen, die da drunten in der Gasse friedlich den Feierabend vor den Türen genossen, der Spatzenwarnung? Nur ein kleines Mädchen, das abseits von den Andern allein auf der Steintreppe hockte und in den Abendhimmel starrte, sah plötzlich die roten Rauchwolken. Mit lautem Schrei rief sie die Andern. Ein wilder Tumult brach in dem sonst so stillen Gässchen los. Man rannte, stürzte, johlte, jammerte und wehklagte. Und dazwischen kam mit Ohren zerreißendem Gebimmel eine Feuerwehr nach der Andern angejagt. Die ältesten Spatzen konnten sich eines solchen Aufruhrs nicht besinnen. Mit langen Schläuchen gingen sie piepmatz Sonne zu Leibe. Im großen Bogen schoss der Wasserstrahl über das Dach und die Nebendächer. Piep, piep! Empört flog die durchnässte Spatzengesellschaft auf. Drunten in der Gasse standen die Menschen jammernd vor ihrem verkohlten Häuslein und droben in der blauen Luft suchten Vater und Mutter Pluster mit jämmerlichem Gepiepse ihr trauliches Nest. Piepmatz aber, der Unglücksjunge, zwitscherte vergnügt in den lauen Abend hinein. Mit dem heutigen Tage war er die Berühmtheit der Gasse geworden. So begann Piepmatz seine Laufbahn als Gassenjunge. Als Piepmatz die weichen Windelhöschen ausgezogen und stolz als richtiger Hosenmatz herumstolzierte, konnte sich kein Sperling mehr seiner unverschämten Streiche erwehren. Es gab nichts in der Gasse, wovor der durchtriebene Schlingel Respekt hatte. Den hageren alten Damen, die sich jeden Freitag bei seiner Mutter einfanden, um Weihnachtsstrümpfe für arme Spatzenkinder zu stricken, verwirrte er heimlich das Wollknäue, denn ihre Kaffeetassen schüttete er ihnen Kalk von der Hauswand und zerriss ihnen die feinen Federhalskrausen. Selbst auf die Kegelbahn wagte er sich, wo Vater in Hemdsärmeln mit den angesehensten Familienvätern die kleinen Murmeln schob, die man den Kindern drunten in der Gasse nach und nach fortstiebetzt hatte. Hier war er jedem im Wege, brachte die Kugeln aus der Bahn, dass kein Sperling mehr, alle Neune schob, vertauschte die schwarz-grauen Leibröcke, sodass keiner mehr den seinigen herausfand, und nippte frech an fremden Bierseideln. Zu einer Tür jagte man ihn hinaus und zur anderen steckte er im nächsten Augenblick sein verschmitztes Gassenjungen-Gesicht wieder hinein. Dem Jungen fehlt Beschäftigung. Wir wollen ihn in einen Kindergarten schicken oder ihm eine Gouvernante nehmen, meinte der Vater eines Tages. Mutter wischte sich die Augen mit den Flügeln. Wie hart war doch der Vater zu ihrem lieben kleinen Piepmatz. Aus dem Neste gab sie ihn nicht. Nein, allenfalls konnte man es ja mit einer Gouvernante versuchen. So stand in der nächsten Sperlingsrundschau fett gedruckt, dass Plusters, Dachziegel Nummer 5, zum Ersten ein Kinderfräulein suchten. Es meldeten sich nicht viele auf diese Annonce. Piepmatz war in der ganzen Gegend berüchtigt. Kein Sperlingsfräulein mochte mit dem unbändigen Bengel etwas zu tun haben. Aber schließlich entschloss sich doch ein höchst energisches älteres Frauenzimmer, etwas fett und kurzarmig zwar, ihr Heil bei Piepmatz zu versuchen. Als Fräulein Vogelinski, so hieß Piepmatz neue Gouvernante, am ersten Morgen Toilette machte, suchte sie vergebens ihren falschen braunen Zopf. Pro sieht Mahlzeit, der bammelte lustig oben am Blitzableiter. So bekundete der Teufelsjunge seine Ehrfurcht vor dem neuen Fräulein. Fräulein Vogelinski sollte auch sonst wenig Glück mit ihrem Zögling haben. Anstatt feinsitsam beim Spazierengehen neben ihr herzufliegen, kniff der Junge jedes Mal aus und das fette, kurzarmige Fräulein musste hinter ihm herprusten. Piepmatz ärgerte Fräulein Vogelinski so sehr, dass sie die Gelbsucht kriegte. Aus Gesundheitsrücksichten gab sie ihre Stellung auf. Nun war guter Rat teuer. In keiner Spatzenspielschule wollte man Piepmatz aufnehmen, aus Furcht, dass er die braven Sperlingskinder verdürbe. Vater machte kurzen Prozess. Ohne auf das wehmütige Piepsen seiner lieben Frau zu hören, brachte er den Jungen in die Bürgerschule, trotzdem er eigentlich noch nicht das schulpflichtige Alter erreicht hatte. Für den armen Schulmeister Pieperich, der mit seinem braunen Schniebelrock, grauem Vorhemdchen und gesträubtem Haarschopf gar streng auf dem Katheder herumhüpfte, begann jetzt eine böse Zeit. Keiner von allen Schülern machte ihm solche Pein wie der kleine Piepmatz. Die Klasse, in der sonst so tiefe Stille herrschte, dass selbst der vorüberstreichende Wind den Atem anhielt, halte jetzt wieder vor Schwatzen, Schreien und Zanken. Piepmatz fing mit allen Kameraden Händel an und biss sich auch mit dem friedlichsten herum. Die Frühstücksbröcklein schnappte er ihnen weg, rupfte ihnen Federn aus und stieß sie von ihren Plätzen. Sein neuer grauer Schulanzug starrte von Tintenflecken. Auch war er faul und unaufmerksam beim Unterricht. Der Junge hatte einen richtigen Spatzenkopf. In der Gesangsstunde zeigte er, dass er vollständig unmusikalisch war. Nicht einmal, alle Vögel sind schon da, vermochte er zu behalten. Er piepte, wie ihm der Schnabel gewachsen war. Statt in der Tonstunde zierlich in der Reihe zu hüpfen, hing er plötzlich an einer Leiter oder schwebte am Reck. Handarbeitsstunde in der Nesterflechten und Bauen gelehrt wurde, schwänzte er meist. Und als er eines schönen Tages die Aufgaben von der Schornsteintafel heimlich gelöscht und überdies das Katheder mit Ruß beschmiert hatte, dass der Herr Schulmeister seinen schönen braunen Schniebelrock ganz und gar verdarb, flog er ein für allemal aus der Schule. Der Junge ist in den Pflegeljahren, nahm die schwache Mutter ihren Lieblingssohn dem aufgebrachten Vater gegenüber in Schutz. Soll's sehen, Mann, es wird noch etwas Besonderes aus ihm. Freilich, ein Vagabund. Brummig flog der Alte in seine Stammkneipe zum Rinnstein, um seinen Ärger herunterzuspüren. Piepmerz aber froh lockte. Er fand, dass er vollständig genug gelernt habe und bildete sich immer mehr zum Gassenjungen aus. Den ganzen Tag trieb er sich herum. Selbst zu den Mahlzeiten kam er nicht heim. Zum Mittagbrot stellte er sich regelmäßig bei dem Schimmel am Bierwagen ein. Dreist und gottesfürchtig setzte er sich auf die Krippe und pickte dem gutmütigen Schimmel die fettesten Körnlein fort. Zum Abendessen hatte er sich beim Sultan auf dem Hof in Pension gegeben. Ob der auch noch so grimmig blaffte, Piepmerz fischte sich die besten Brocken aus seinem Futternapf. Ja, selbst an die Menschen wagte sich der kleine freche Spatz. Kein Kind in der Gasse konnte mehr in Ruhe sein Vesperbrot verzehren. Piepmerz lud sich höflichst zu Gaste. Der dicken Grünkramfrau stahl er die saftigsten Kirschen aus dem Korb. Dem Bäcker pickte er Kuchen und Brötchen an und der Schlechter musste ihn mit offenen Küchenfenster stehen ließ. Die erklärte Piepmerz ganz selbstverständlich für sein Eigentum. Aber als er eines Tages betrunken in der Gosse lag, weil er es für sein gutes Recht gehalten an dem Brandweingläschen, das für den Droschkenkutscher bestimmt war zu nippen, langte sich Vater Pluster den sauberen Monsieur. So geht es nicht weiter, mein Söhnchen, meinte er, die Stirn in sorgenvolle Falten einlegend. Es ist Zeit, dass du dir einen Beruf wählst. Deine Brüder haben sich bereits ein eigenes Nest gebaut. Liebreizende Schwiegertöchter haben sie mir zugeführt. Jetzt entscheide dich. Willst du Schneider, Schuster, Musikant, Baumeister, Lehrer, Doktor oder Richter werden? Piep! Aber der kleine Herumtreiber schnitt zu allen Vorschlägen ein Gesicht. Nichts passte ihm. Ich möchte die Welt kennenlernen, Vater, sagte er endlich. Wen? Was? Vater Pluster schub die Federn vom Ohr, um besser zu hören. Piep, Mats! Vater tippte gegen seine Stirn. Die Welt will so einen Knirps kennenlernen. Hat man sowas schon erlebt? 18 Kinder habe ich gehabt und alle sind sie im Lande geblieben und nähren sich redlich. Ist dir unsere Gasse vielleicht nicht groß genug? Wie? Viel größer ist die Welt auch nicht. Flieg hinaus zum Wetterhahn. Das ist die höchste Spitze auf der Erde. Da kannst du nach der einen Seite bis zum Marktplatz und nach der anderen sogar die Stadtmauer sehen. Da überblickst du die ganze Welt. Piep! Und der Vater schüttelte so aufgeregt sein rundes Köpfchen über den tollkühnen Sprössling, dass die Federn stoben. Piep Mats lachende lustige Welt, von der sein Freund ihm erzählte. Piep Mats hatte einen Freund, den einzigen, mit dem er sich nie gebissen, weil der nämlich in einem Bauer am Fenster gefangen saß. Er war ein Ausländer, trug ein zitronengelbes Röckchen und war seines Zeichens ein Sänger. Der war in seinem Leben weit herum gekommen und erzählte seinem Freunde die herrlichsten Geschichten. Eines Tages flog Piep Mats kurz entschlossen vor seine Eltern. Morgen werde ich in die Fremde, erklärte er mit unverscheimter Bestimmtheit. Mutter begann zu weinen, Vater zu fluchen, aber Piep Mats blieb fest. So band Frau Pluster ihrem Jungen dennoch einen wollenden Schal um den Hals, damit er sich auch ja nicht da draußen in der Welt erkälte. Herr Pluster aber gab ihm ein Empfehlungsschreiben mit an den reichen Oheim, der irgendwo im Kirschbaum wohnte. Und mit fröhlichem Piep flog Piepmatz in die unbekannte Welt. Daheim aber in der Gasse atmeten sämtliche Bewohner, die Spatzen, der Schimmel, der Hofhund und alle Menschen groß und klein erleichtert auf, den Gassenjungen war man los. Fröhlich zwitschernd wie ein singender Handwerksbursch zog unser Piepmatz schöner waren als die heimatliche Gasse, über stattliche Häuser, die ihr Haupt noch höher reckten als der Wetterhahn daheim. Und dann war er plötzlich draußen in einer anderen Welt. Da gab es nichts als blumige Wiesen, goldene Felder, lachenden blauen Himmel und jubilierende Vöglein. Da schwang auch Piepmatz sich jauchzend in die Lüfte. Wie schön war doch die Welt. Aber die kleine Lerche, die neben ihm aufstieg, hielt sich die niedlichen Ohren zu. Hör auf, hör auf, du unmusikalischer Geselle, dein Gesang ist ja nicht mit anzuhören. Schon wollte Piepmatz eine patzige Antwort geben. Da sah er, wie allerliebst das kleine Lerchen Fräulein war, deren Unwillen er erregt. Dagegen konnten sich die Sperlingsmädel in der Gasse verstecken. Was würden fragte er das schlanke Fräulein, ob sie ihn heiraten wolle. Aber die Lerche lachte und rief »Tisch schmutzigen Burschen in dem zerlöcherten Rock? Tirelili, Tirelili, Tirelili!« Er hörte ihr helles Lachen noch, als er schon ein ganzes Stück weiter geflogen. Und wie bei dem kleinen Lerchen Fräulein erging es Piepmatz aller Orten. Die Vogelmädchen, die sich in den Zweigen schaukelten, zwitscherten, »Seht nur den garstigen Spatz!« Die Wirte warfen ihn aus ihrem Gasthaus, weil er die Zeche nicht bezahlen konnte. Die grauröckigen Spatzen, denen die Kirschbäume gehörten, wiesen den russigen Gesellen, der nicht einmal ein Handwerk verstand, von der Schweller. Selbst der reiche Ohheim wollte nichts mit ihm zu tun haben. Da merkte Piepmatz, dass es da draußen in der Welt doch nicht so schön war, wie es den Anschein hatte. Und er sehnte sich nach der engen Heimatsgasse zurück. Aber er mochte nicht nach Hause kommen, bis er es zu etwas gebracht hatte. Wenn er nur in seiner Jugend irgendetwas gelernt hätte. Doch er verstand nichts weiter als zu raufen und zu stehlen. Darin bekam er denn nach und nach eine wahre Meisterschaft. Er zog als Landstreicher vom Roggenschlag zum Erbsenfeld, mauste den Bauern ihre vollsten Halme fort und zankte sich mit allen Vogelscheuchen herum. Das war ein ungebundenes Vagabundenleben im Sommer. Aber wenn der Winter mit seinem Schneebesen die Felder kahl kehrte, erging es dem armen Spatz meist recht jämmerlich. Nicht immer fand er eine warme Tenne zum Unterkriechen, oft war er dem Erfrieren nahe. So schwand ein Jahr nach dem anderen und der braune volle Haarschopf von Piepmatz, mutters einstiger Stolz, wurde grau und kahl. Im rechten Flügel bekam er die Gicht und dem linken Bein Rheumatismus, da merkte er, er alt geworden. Jetzt endlich beschloss er heimzukehren. Eine mühselige Wanderung, denn er war nicht mehr der leicht beschwingte Bursch, als der er ausgeflogen. Schwerfällig flatterte er seine Heimat so. Aber je näher er kam, desto schneller flog er. Die freudige Erwartung gab ihm jugendliche Kräfte. Die würden in der Gasse Augen machen, dass Piepmatz Pluster, der Gassenjunge wieder Nein, wie war die Gasse klein und eng und war ihm doch während seiner Kindheit als weite Welt erschienen. Und so fremd sah es ringsum aus, alles neu, ganz moderne Nester, die lieben alten Wohnungen zerfallen oder abgerissen. Fremde Bewohner, keine Spur von den Eltern, den Gevattern, Mumen und Basen, alles gestorben oder verdorben. Selbst der Wetterhahn war nicht mehr der Alter. Kein Sperling kannte ihn wieder, keiner wollte ihm Obdach gewähren, man drohte dem alten Eindringling sogar mit der Polizei. Und als er ganz kleinlaut fragte, ob der niemand mehr etwas von Piepmats Pluster, dem Gassenjungen wüsste, da hackten sämtliche Spatzen wütend auf ihn ein. Was? Diese abgerissene Landstreicher, dieser gebrechliche Elende Tunichtgut, wollte ihnen weismachen, ihre unartigen kleinen schreckten? Traurig schlich sich der greise Piepmats davon, hätte er die Gasse doch nie wieder gesehen. Wie vergänglich war doch alles auf Erden. Und als er gerade zu diesem philosophischen Schluss gekommen, fühlte er plötzlich scharfe Krallen im Nacken, sah grüne feurige Katzenaugen über sich funkeln und vernahm ein langgezogenes Miau. Piepmats Pluster war nicht mehr. Der Kater hatte ihn mit Haut und Haar gefressen. Sein Name aber lebt noch heute in der Gasse. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Märchen gefallen haben und du noch nicht schläfst, würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Und falls du noch nicht schlafen kannst, findest du hier eine weitere Märchensammlung. Bis bald!